Beschweren kann ich mich da normalerweise eher weniger In der Tat Ehrlich gesagt eine 3-Test-Capture-Card holen Genau, würde ich auch machen Aber wenn ich müsste, würde ich wahrscheinlich sogar einen Emulator nehmen Das liegt aber auch nur daran, weil ich habe ja Der PS4-Controller ist ja mit Killed, jetzt frisst Boah, genau Eisenhart wie Stahl Eigentlich hätte Stahl gewisse Temperaturen aus Möchte ich nur mal so dazu erwähnen In der Tat Werden wir hier eigentlich schon? Ich glaube noch nicht, gehen wir mal da lang Ein bisschen erkunden muss schon sein Ähm... Oh, da muss ich durchspeeden Mit Super Sonic Speed Davon habe ich seit Sonic Mania wieder genug Ich dachte, das wolltet ihr immer Also, viele, viele Stimpfwörter Lass die Stimpfparade beginnen Leck dich Leck dich Leck dich Leck mich Leck dich Lass die Stimpfwörter Lass die Stimpfwörter Du fliegst ja mal weit durch die Wand durch. Und vor allem, ich höre gerade irgendwie Hintergrundgeräusche. Die muss jetzt einfach mal durch viel gequasselt werden, obwohl ich ja immer jedes Mal von der Aufnahme sage, bitte keine Hintergrundgeräusche. Ich wiederhole, keine Hintergrundgeräusche. Vielleicht hört man es ja draußen. Ich bin sicher, ihr wisst eh was für Hintergrundgeräusche. Ich meine, ungewünschte Gespräche im Hintergrund, die ich nicht gern hätte. Gut, ich hoffe, jetzt ist es ruhig. Aber ich kapiere gerade echt nicht, wie das funktionieren soll, wenn die Typen da, die sind viel zu schnell. Oder muss ich die in die Fresse boxen? Hätte ja sein können, ich meine, das sind schon wieder diese komischen Augen. Ein Glück, dass es hier keine Leben gibt. Oder muss ich die erst irgendwie abschalten? Ich komme ja über die drüber, aber einfach nicht schnell genug. So. Hintergrundgeräusche sind mal wieder viel zu laut, darum werde ich jetzt mal ein bisschen lauter. Boah, es riecht mich immer so ab, wenn einfach mal im Hintergrund irgendeiner quatscht, obwohl ich sage, ich nehme auf. Also, das geht, das geht mal gar nicht. Ne, wirklich. Boah, es riecht mich gerade auf, dass ich extrem laut spreche muss, nur damit man die scheiß Hintergrundgeräusche nicht hört. Boah. So was riecht mich echt jedes Mal auf. Ich rede auch noch laut und die hören mich nicht, dass ich gerade aufnehme. Ich habe doch gesagt, ich nehme gerade auf. Hallo, könnt ihr mal leise sein. Ja. Normalerweise mache ich dafür immer einen Cut, damit man das nicht hören muss. Ich glaube, so ist das gedacht. Also, jedenfalls mal hier so. Also, ich würde sagen, wenn ich keine Schleichwerbung überkriege, ihr bekommt keinen. Ich mag es auch mehr von Megis. Auch keine Schleichwerbung. Ich persönlich gehe zu beiden, ehrlich gesagt, nicht gern hin, weil ich generell jetzt nicht so der Fan von Burgern bin. Ich mag einfach kein verschiertes Fleisch. Oh. Okay. Dann wäre auch so wohl, ach, scheiße, was, nee. Jetzt habe ich mich gerade irgendwie verdacht. Aber Pommes sind schön. Sehr schön. Das kann uns Zocker auch bestätigen. Schreibt jetzt alle. Hashtag Zocker ist Pommes in die Kommentare. Ja, das Spiel ist voll schlecht. Oder, boah, das Spiel ist super. Vor allem nicht an einem witzigen 2-Minuten-Trailer. Also, bei Mario Odyssey kann uns das immer nicht. Du kannst auch die gespielten Level auch aufrufen. Das geht nicht. Wo bin ich hier jetzt reingeraten? Weiß ich nicht. Meine Fresse. Ich glaube, ich bin hier sogar... Nein! Also, FADF 0000 0132 2FF0 Ey, du bist immer viel zu schnell. Moment, ich geb's dir noch was. Mann, Mann. Jetzt noch mal langsam. Ich bin nicht schnell darin. Okay. F8D4 Ach, ich hab da nur eine F anstatt D4 eingegeben. Das war, glaube ich, der Fehler. F8D4 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 Blue Indigo, den ihr abonnieren könnt, wenn ihr wollt. Wo ich nicht glaube, dass das viele Leute wollen. Heftiger, das. Mario Kart und Mario Maker kommen. Was? Es wird kommen. Es wird auch Mario Kart und Mario Maker kommen. Mario, was? Sag dir mal, was ging ein Abwalt? Ach so, Mario Kart. Was keine Videos. Du hast Rieseninsekten eben. Was war das eigentlich für ein Ort? Bitte, Dieter. Mir schreibt dann unnötige Whatsapps. Wenn ihr Blue Indigo und riesige Insekten und Mario Party 8 Minispiele sehen wollt, dann könnt ihr ihn ja abonnieren. Okay, Mario Party 8 wurde gelöscht, weil das war einfach nicht gut. Ich hab mal ein glasser Track. Ich hab mal ein glasser Track. Und sag mal, was da drin ist. Ich hab jetzt auf YouTube wohl den nice Remix, sag ich mal. Ich hab den Bosskampf im First Try geschafft. Im First Try. Und jetzt nur, weil Lucky Tender danach so einen blöden Bereich eingebaut hat, schaff ich's jetzt nicht mehr. Leute, ich bin gleich wieder da. Okay. Und schon...